hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge jetzt mal ein bisschen andere ansage aber dennoch irgendwie die alte ich muss mir noch mal was anderes überlegen so wir haben kaum zeugs kaum ist gar nichts ja ich brauche mir mal eine sicherheitskonsole hier geht gar nicht so mal beobachten wir sind jetzt wieder unter 150 kolonisten das ist echt viel dies zum verrückt werden am liebsten wieder abreißen ganz ehrlich ist aber nicht so schlimm hat noch andere verbindungen deswegen sehr sehr gut dass ich daran gedacht habe richtig stolz auf mich selbst so hatten wir eigentlich jetzt doch dann lager gebaut oder was haben wir jetzt gemacht labor auch da kein lager ich würde im lager bauen auch mal von den teilen eben halt weg Aber das geht halt nicht. Ein Biologe wieder. Sehr gut. Wie sieht's aus? 43 Biologen. 20 Wachen. Mehr. Ich brauch mehr. Wie? Ersatzteile schon wieder erschöpft? Nicht gut. Wird aber gut geholt an Erz. Also da dürfte das Problem nicht liegen. Vor allem, man sieht schon, also von... Vorher hatte ich ja andersrum die Probleme, ne? Das war ja auch ganz interessant. Wie kleine Ameisen, die rumwuseln. Ich find's gut. Ich find's echt gut. Also das Spiel macht ja auch wahnsinnig Spaß. Sonst würde ich ja auch nicht spielen. Und ich würde dann... Das letzte Mal hab ich ja... Oh, diese letzte Mission. Ich hätt's nicht für Möglichkeiten, dass das so lange dauert, die letzte Mission. Weil die anderen waren eigentlich recht kurz, muss ich sagen. Und jetzt die letzte... Da muss man nochmal alles geben. Also das ist... Ich hab jetzt, glaub ich, mehr als genug Baustellen. Also kann ich ja erstmal... Einfach auf schnell spielen... Und abwarten, bis sie's fertig haben. Dum, 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 dum. Weil man so viel Spaß hat mit Spielen und so. So. Aber natürlich Wasser oder Säfte oder sowas. Das ist gut. Kein Alkohol ist nicht gut. Vor allem nicht um die Uhrzeit. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie vor... Oh, gleich Mittagszeit. Essen. Ich bin nämlich heute bis... Mindestens 21 Uhr alleine. Das heißt, ich kann sehr viel aufnehmen. Und ich hoffe, dass ich Planet Base diese Mission endlich auch mal zum Abschluss bringen kann. Weil... Ich find, die ist schon ein bisschen sehr in die Länge gezogen. So ein bisschen. Das liegt schon mal. Wie sieht's hier bei der Baustelle aus? Oh je je. Die Pflanzen sehen nicht gut aus. Ansonsten sieht alles so weit. Hier haben sie sich jetzt auch besser verteilt. Also manche bleiben hauptsächlich hier in der Gegend. Machen hier Sport und alles. Hab ich da gar keinen Fernseher reingesetzt? Oh je. Das ist ja unverzeihlich. Uh. Weil eigentlich sind überall Fernseher und so, aber trotzdem irgendwie... Na gut. Aber es kommen gar keine Schiffe mehr. Was ist denn los? Biologen und Wachen will ich haben. Wahrscheinlich sind genau die nicht zur Zeit zur Verfügung. Oder haben gemerkt, ey, wir gehen ja am meisten drauf. Wir kommen einfach nicht. Wäre aber ein bisschen fies. Nein. Ich brauche euch. Ich brauche euch. Gelegentlich. So ein bisschen. Ich habe mir überlegt, hier... ...zu essen drauf zu packen, weil wir für... ...zur Zeit Stärke, so für dieses Bioplastik, sehr gut schon bekommen. Aber ich habe Angst, dass das dann auf einmal hier total einbricht und wir dann nochmal... ...unerfreulicherweise noch mehr brauchen von allem. Das Labor ist fertig. Dann können wir das hier schon mal bepacken. Wir packen. Die eine ganze Seite. Ha, 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 heftig. Sieben Stück. Ich glaube, da haben wir jetzt erstmal genug wieder zu futtern. So, die drei lassen wir auf Hühnchen. Das kommt... ...auf Schwein. Also warte, das kommt auf Rind. Das auf Schwein. Und das dann nur noch... Das können wir dann auch hier auf... ...auf Schwein dann setzen. Ja, dann haben wir erstmal ordentlich wieder was. Das produziert das nämlich von alleine. Das ist das Gute. Es muss nur eben halt gut gewartet werden vom Biologen und so. So, da haben wir es. Zack. Verbindung wurde gebaut. Welche Verbindung? Ah, ja. Ja, ja. Dann nur noch das hier. Das ist auch einmal Energie. Ist okay. Okay. Müssen wir mal hin. Fünf wurden entdeckt? Ach, du Schande. Nein! Zwei Kolonisten. Drei. Vier. Wo zum Teufel sind meine Wachleute? Ja. Und somit habe ich mich jetzt unentschieden. Ich will nur noch Wachleute haben. Ich will nur noch Wachleute haben und... Ähm... Ich glaube, das kann ich über das Gebäude. Ja. Ja. Ich will nur noch Wachleute haben. Da läuft alles gut. Immer schön im Auge beiten. Immer schön im Auge beiten. Also hier sieht es gut aus. Noch vier. Okay. Wie sieht es hier aus? Noch ein. Dann haben wir so ein... Wieder so ein Laser, der eventuell was abfangen kann. Das ist sehr gut, weil der eine ist nämlich hier in der Ecke. Der andere ist da in der Ecke. Dann haben wir da oben einen. Super. Also ich habe das Gefühl, wir werden keine 200 erreichen. Keine 200 Bewohner. Nee. Ich bin echt am überlegen. Ich werde das hier, glaube ich, abreißen. Das ist eine echt miserable Sache. Jetzt können wir irgendwo anders rein investieren oder so. Hier was anderes Schönes hinbauen. Wir können ja mal gucken. Ähm. Zum Beispiel Sauerstoff könnten wir bauen. Oder so ein Schlafding hier. Nee, können wir nicht. Uh. Ah, jetzt geht's. Jetzt sind sie weggegangen. Warte mal. Warte. 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 Kleine Schlafsache fertig. Das Lager wurde gebaut. Schön. Äh. Oh, oh, oh. Toll, wach Leute? Ja, gut. Bei eins kann ich besser im Auge behalten als zwei oder so. Das ist einfach so. Ähm. Ja, das Lager ist gebaut. Sehr schön. Schade, dass wir das nicht verbunden kriegen. Das, das ärgert mich ein bisschen. Das finde ich wirklich, wirklich sehr schade. Weitere Strukturen wurden gebaut. Schön. Sehr schön. Ich habe es nicht verbunden. Ich habe es nicht verbunden, wie ich es nicht verbunden habe. Ich habe es nicht verbunden. Ich habe es nicht verbunden, wie ich es nicht verbunden habe. Ich habe es nicht verbunden, wie ich es nicht verbunden habe. Ich habe es nicht verbunden, wie ich es nicht verbunden habe. Ich habe es nicht verbunden, wie ich es nicht verbunden habe. Ich habe es nicht verbunden, wie ich es verbunden habe. Hm. Immer schön im Auge beiten. Immer schön im Auge beiten, alles im Auge beiten. Immer im Auge beiten, immer im Auge beiten. Okay, wir haben jetzt da Energie, da, 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 da noch. Oh, hier ging was nicht voll. Nicht genug Sonne wohl. Jetzt kommt die Sonne raus. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaaaa, ich weiß nicht, ob das ausreichend ist. Hey, ich kann die noch nicht mal anklicken. Die alle müssen auch vollgeladen werden. Ich hoffe, das klappt auch. Einen hat er da noch zu laden? Ne, das ist schon zu langsam, das war's. Ich schaff doch nicht gut, dass wir dann da noch ein Teil gebaut haben. Alles klar. Ähm, kurz überlegen. Zurzeit kommen gar keine Leute an, das sind die aber auch irgendwie uncool. Das sind die Leute an, das sind die Leute an, das sind die Leute an. Sehr gut. Sind schon welche angekommen? Ich sag da jetzt lieber nichts zu. Acht? Ernsthaft? Acht? Das war's für heute. Ich sag dazu echt nix mehr. Nee. Ich hab mir jetzt auch entschieden, so ungefähr 20-minütige Folgen, weil, oder 25 Minuten, weil es allgemein einfach jetzt nur noch darum geht, dieses 137. Ich war auf 151, 152 schon. Was für eine Scheiße. Ist einfach jetzt so. Mann, das macht mich sauer. Nein, nicht zurück. Weitere Betten. Hmm. Hmm. Vielen Dank. Ah, da testen sogar zwei schon die Betten. Das ist ja cool. Das ist cool. Ja. Gucken wir jetzt mal nach Essen. Da sieht alles gut aus. Ist gut. Die beiden Lager. Hier wird schon... ...was hingelegt. Hier wird was hingelegt. Hier wird gearbeitet. Aber hier produzieren wir nur noch das eine. Essen. Boah, ich muss was trinken. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss mal das Fenster gleich aufmachen. Hä? Ach so, ich hatte ja da was stehen gehabt. Und weil jetzt hier ein Verbindungsstück kam, ist das abgerissen worden. Das ist natürlich doof. Aber ich habe ja auch mehr als genug von dem Zeug. mehr als genug. So, da brauchen wir erstmal gar nichts machen, weil hier ist alles noch rot. Hier muss auch noch was gewartet werden und alles. Deswegen lassen wir das einfach auch erstmal so. Ich warte jetzt gespannt mal auf neue Kolonisten. Ist alles extra ausgegaut. Ich will keine Besucher, aber trotzdem kommen welche. Will ich nicht. Am besten, ich lasse es einfach mal laufen und beobachte es. Speichern, laufen lassen. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Und da ich nicht mehr weiß, was ich über dieses Spiel noch sagen soll, sage ich einfach mal, es ist ein tolles Spiel. Es macht wirklich Spaß. Man muss viel aufpassen, viel nachdenken, richtig bauen und so weiter. Aber... Was brauche ich denn hier? Oh. Oh, 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 oh. Okay, ist nur das... Okay, okay, okay. Okay. Gar nicht tragisch. Alles gut. Alles gut. Das wird repariert. Hier wird noch eins... Ein Metall und dann wird das gebaut. Alles gut. Alles wunderbar. Oh, wieder ein Nack kaputt. Ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das ist auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich. Gut, wie sieht es denn aus mit Heilsachen? Das sieht gut aus. Da kommt jetzt ein kleines Schiff. Okay, das ist eine Wache. Okay, sehr schön. Danke. Nee, 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 nee. Das ist so viel. Aber wisst ihr was? Ich speicher einfach mal. Save 21. Ja, wir werden das so lassen erst mal. Und jetzt wirklich... Also ich sag das ja echt oft, aber... Ähm, jetzt wird nichts mehr erst mal gemacht. Jetzt wird wirklich erst mal die Finger davon gelassen. Und wir beobachten und wir sorgen dafür, dass wir erst mal wieder... Auf jeden Fall... Ich will jetzt 30 Wachen haben. Und mindestens 40 oder 50 Biologen. Dann mach ich erst was anderes. Okay, stopp. Was kommt da? Zeigt dich? Biologe. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, so belassen wir es erst mal. Ich habe nur eine Plattform. Jetzt kann ich es besser beobachten. Hier kommen kleine und große Schiffe. Und das ist auch mehr als ausreichend. Also wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Planet Bays. Macht's gut. Tschüss.